Herzen Kinders, wir sind hier immer noch im heißen Griechenland und wir würden jetzt lieber an irgendeiner griechischen Küste am Strand liegen als hier im Einsatz zu sein, aber ich. Hast du dich versteckt? Das ist doch tatsächlich versteckt, ich glaube es ja nicht. Hast du ein paar Oliven gefunden? Hallo. Du erschreckst mal mich. Entschuldigen Sie, war nicht meine purste, böseste. Ist mir schon klar. So, dann geht es hier mal weiter, ein bisschen ernsthaft und da. Also, lass uns mal auf der Karte gucken, wir sind ja jetzt eigentlich, ja, wir haben ja schon einen großen Weg hinter uns, auf der Hälfte sind wir jetzt ungefähr. Wenn du jetzt mal schaust, Richtung Panagia, haben wir vorgelagert, eine kleine Vorstadt oder was das sein soll, keine Ahnung. Da, denke ich mal, werden wir mal unsere Vorsicht ein wenig erhöhen müssen, denke ich. Ja, glaube ich auch. Ich muss auch sagen, bei dem Anblick bin ich gerade froh, dass ich noch mal ein Waffenmodell vom Einsatz gewechselt habe. Warum? Weil ich einen automatischen Feuermodus in dieser Waffe besitze, dem urbanen Kampfgebiet ab und zu doch ganz sinnvoll sein kann. Ja, das stimmt. Gut, ich marschiere weiter voraus. Alles klar. Okay, kannst nachziehen. Unterwegs. Bei dir? Ja. Zieh vor. Haus, direkt vor uns. Jetzt direkt nach. Ah, Ruine. Okay. Und ruhig zu sein, ich höre auch nix. Von da. Zieh vor in die Mauer von der Ruine. Nachziehen. Oh, ich stehe jetzt auf der linken Seite der Ruine. Ja. Runde die Ruine. Ich gehe von der anderen Seite herum. Ruine ist clear. Okay. Vor uns ist jetzt dann direkt eine Straße. Wir bewegen uns rechts von der Straße Richtung Panagia. Okay. Verstanden. Okay. Okay. Kannst du nachhören? Okay. Wir schauen uns auf 110 ca. ein Haus. Wir ziehen ... Schwierige Entscheidung ... Wir ziehen weiter die Straße lang. Und zwar Richtung Osten. Ok. Ich blicke vor und blicke nach links ab. Ich überquere jetzt die Straße. Alles klar. Ok. Zieh mal nach. Ich habe jetzt entschlossen, dass wir doch links von der Straße weiter ziehen. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick in dieser kleinen Anhöhe direkt bei den ersten Hütten da. Du läufst, glaube ich, an mir vorbei. Ja. Wir waren auf der falschen Mauer gesessen. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Doob. Oh, wow. Toll, ne? Dafür musste ich bis nach Griechenland, um mir das anzuhören. Ja, musstest du. Okay. Warte mal, da ist. Ne. Noch eine Ruine. Aber ruhig. Okay. Weiter geht's. Zieh mal vor bis zu der kleinen Mauer da. Okay, ich kann die ersten Häuser sehen. Oh, shit. Shit, 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 shit. Patrouille auf 60. Prima. Ja. Puh, ich schätze mal so 300 Meter. Okay. Keine Sicht gerade. Würdet sie dir vorkommen. Achso. Ja, doch. Vier oder fünf Mann Patrouille. Okay. Sind jetzt weiter vor, vorsichtig. Ich zieh nach. Okay. Siehst du diesen Strommaster, den riesengroßen? Ja. Und wenn du in die Richtung schaust, siehst du doch so eine braune Mauer. Ja, die Steinmauer halt, ne? Ja. Und dahinter sind die quasi nach links weg. Nach links? Ja. Okay. Wenn die nicht rumdrehen, ist mir das wurscht. Hier oder hier? Okay. Ich ziehe jetzt mal doch auf rechts von der Straße. Okay. Und zwar da, wo dann die ersten Büsche sind. Mhm. Okay. Kannst du nachziehen? Ich bin bei dir. Okay. In unserem Rücken ist jetzt ein eingemauertes Grundstück. Mit einer Ruine drauf, ne? Ah, genau. Okay. Ich lagere weiter vor. Mhm. Ich bin jetzt quasi weiter der Straße lang zu so zwei hohen Bäumen. Rechts vor mir ist direkt das Ruinengebäude in der Verlängerung. Kannst nachziehen. Unterwegs. Drei Bäume sagst du. Ja. Ich sehe dich. Wenn ich dich sehe, dann siehst du mich. Ja, aber du bist schon ultra gut getarnt, muss ich sagen. Also gut ab. Ja, ich mit hier gerade eine Eule. Okay. Ich bin jetzt hier in dieser kleinen Mulde. Mhm. Ich bin jetzt hier in dieser kleinen Mulde. Okay. Okay. so schön die Landschaft aus. Ich bin jetzt am Mast bei dem ersten Busch am linken ersten Bein von dem Strommast. Du kannst nachziehen. Ich nehme nochmal einen Schluck aus meiner Feldflasche. Okay. Ich bin jetzt auch langsam warm. Okay. So, ob wir hier in der Mulde da bleiben und dann vor. Ich tendiere zu den Büschen. Zu den Büschen. Okay. 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 Aufpassen. Wir sind jetzt im unmittelbaren Nahbereich von den ersten Häusern. Immer schön auch die Fenster beobachten. Ja. Okay. Zieh mal nach. Ich bin an der Weg. Ich bin hinter dir. Nein. Ach, zum Glück gibt es da eigentlich viele Fenster in dem Dorf. Gehe weiter vor. Mal schön in der Verlängerung von den Büschen bleiben. Bist du die Ruine direkt vor uns? Ähm, ja. Da werden wir schauen, dass wir die erste Position einnehmen. 10. Okay. Ich bin vor Ort. Okay. Ich bin vor Ort. Ziel ist vor. zu diesen Bäumen nach. Geht sie nach? Hast du schon wieder nichts gesagt? Doch, hab ich. Echt? Ja, hast du gerade durch dein Fernglas geschaut. Und deswegen hör ich nichts. Ich weiß nicht, warum. Weil mir da kam nichts an oder jemand wollte nicht das angekommene wahrnehmen. Ich merke es ja, ich versuche nur irgendwie mein Leben zu retten gerade. Ja, schade. Hast du es aber nicht. So, ich ziehe jetzt vor bis an die Mauer von der Ruine. Okay. Ich schaue mal, ob ich die Straße ein bisschen im Auge behalte vor uns. Okay. Nachziehen. Unterwegs. Ich werde mal in die Ruine hier reingehen. Vielleicht habe ich da einen gedeckten, guten Blick auf die Straße. Ja. Relativ, relativ gut einsehbar. Zumindest die Hauptstraße, die reinführt. Schaut auf jeden Fall sehr verlassen aus. Ja, so. Heute ist auf jeden Fall kein Markt, das kann man sagen. Entschuldigung. Nichts passiert. So, next step ist, wir schauen das mit diesen kleinen Vor-Ort-Ding, keine Ahnung, hinter uns lassen. Und werden uns dann schauen mal auf die Karte. Ja. Und werden uns dann quasi... Mal. Und. Uno momento. Was? Da, wo jetzt der Pfeil dann quasi ist. Warte mal. Wenn du auf die Karte schaust, siehst du den Pfeil? Nein, natürlich. Ich? Nein, nein, nein. Hier muss der Pfeil sein. Wo ist hier? Ja, schau mal auf die Karte. Ja. So. Zwischen, äh, siehst du meinen gelben Pointer? Neben nicht. Auch nicht. Naja. Siehst du meine? Nö. Okay. Das heißt, wir haben gerade ein Kommunikationsproblem. Sind wir im gleichen Team noch? Bist du so ein roter Squad? Oh, irgendwie schon. Hör noch einen Blick. So. Gehen wir es nochmal. Wie ist denn jetzt? Ne. Leider nein. Bist du in der roten Gruppe? Ja. Aber das heißt, du hast meine Ausrufezeichen vorher auf der Web auch gar nicht gesehen, oder wie? Doch, die habe ich eben gesehen. Deswegen brennt mich das ja. Sehr komisch. Pass mal auf, kann ich dir hier was? Siehst du das? Ja, das sehe ich. Okay. Dann probierst du mal da mit Steuerung und linke Maustaste halten. Dann kannst du was ziehen. Also du meinst, das hier. Hast du schon was gemacht? Ja. Dann sehe ich es nicht. Dann sehe ich das nicht. Das siehst du auch nicht? Ne. Alles, was du jetzt tust, machst du hier in Panagia, oder? Also zwischen, also zwischen unserer Position und Panagia. Ne, ne, sehe ich nichts. Okay. Schon echt seltsam. Das siehst du alles nicht, was ich jetzt hier gerade mache? Ne, ich sehe nur den Grille-Punkt, uns zwei und, ja. Ja, dann musst du dir dann das Video später mal anschauen, ne? Okay. Das ist ja doof, dass du das nicht lesen kannst. Irgendwas vor kurz. Ist das in der Gruppe irgendwelche Ränge? Ne, ne. Ne. Ja, ne, nicht. Sieh das jetzt aber ich nicht. Also du siehst überhaupt nicht, was ich da so beschreibe, oder was? Nein, nein. Natürlich nicht. Also wenn ich rauszumse, sehe ich nur Libelle, Bienenkorb, Grille und die zwei Ausrufe zeige. Das ist schon echt komisch. Naja, musst du das Video anschauen. Okay. Wir schauen uns später an, was wir jetzt tun werden. Genau. Also wie gesagt, wir werden quasi, wenn du jetzt mal schaust, dann machen wir es halt herkömmlich, ne? Guter alter Schlachtplan. Also, zwischen unserer Position und Grille befindet sich ein einsames Haus. Du siehst, was ich tue, oder? Kommt drauf an. Siehst du einen blauen Kringel? Ja, das Haus meine ich. Genau, okay. Also ich frage dann quasi da drüber. Okay, dieses Haus. Und das ist jetzt mal unsere nächste Station. Okay. Liegt. Ja. Immer noch östlich. Dann hätte ich gesagt. Fängt hier dann so mal so das nette Häuserkampfding an, ne? Wenn denn jemand zu Hause ist. Wenn jemand zu Hause ist, ja. Ich sehe aber auch nichts. Keine Bewegung, kein gar nichts. Naja. Nein. Ah. Und jetzt ist das für eine Markierung. 166. Ja. Und? Okay. Den kann ich versetzen. Das ist ja geil. Siehst du das? Warte mal. Ne. Ich wundere mich auch gerade, was du redest hier von irgendwelchen. Warte mal. Wenn du einen Blick. Ja. 226 Meter. Sehr, sehr cool. Wenn du mal auf die Map gehst, ne? Mhm. Und machst du anstatt String, machst du mal Shift. Okay. Klickst du mal in die Karte rein. Dann erscheint ein Punkt. Ja. Okay. Den kannst du verschieben, wie du willst, ne? Wenn du weiter in Shift gedrückt hältst. Okay. Das ist cool. Wenn du die Karte jetzt zumachst, dann hast du einen Punkt mit Entfernung. Mhm. Das ist nicht verkehrt. So haben wir unser Entfernungsmesser. Ja, so. So in etwa. Also gut, masch, masch. Oder? Ne, wir sagen jetzt hier an dieser Stelle mal. Sassen. Na, Bäuschen. Na, es ist echt total heiß heute. Da bereite ich da schon wieder den Cliffhanger vor. Ach, was für ein Cliffhanger. Ist doch gar nicht weiß. Es ist total heiß. Ja, du hast ja auch recht. Ja. Jetzt echt gerade hier so in der Nähe vom Rechner gefühlt 48 Grad. Vielleicht sollten wir per Remote spielen. Da müssen wir nicht so nah an den Rechner. Vielleicht sollten wir auch nur im Winter spielen. Wäre auch eine Gefühltigkeit. Also gut, Kinders. Dann, äh, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn ihr denn noch dabei gewesen seid. Weil, äh, bei manchen werden jetzt die Füße langsam das Kribbeln anfangen vor lauter Einschlafen. Und, ja. Ist halt eine Militärsimulation. Wird eine bleiben. Und wir lieben es. Und wir machen es. Und weil wir immer das machen, was wir wollen. So, also in diesem Punkt, bis zur nächsten Folge, Klingel, Abo, ach, ich sag das einfach nicht. Mach da was auf euch. Mach da einfach was auf euch. Also sag tschüss. Jo, Jungs, auf Wiederschauen. Ja, Mädels, Mädels auch. Tschüss, Jungs und Mädels, ade. Bis zur nächsten Folge. Ich muss unbedingt hier noch Kaltgetränke bereitstellen. Also dann, bis dann. Sassen.